Frau Kock, es geht um den am Freitag aufgelösten Palästina-Kongress, den sogenannten Palästina-Kongress. Da hat sich ja auch die Innenministerin geäußert und da gibt es jede Menge Kritik an den Vorgehen der Sicherheitsbehörden. Mich würde erstmal grundsätzlich interessieren, warum die Innenministerin vor diesem Kongress islamistische Propaganda vorgeworfen hatte und diese Menschen, die sich da versammelt haben, als islamistische Szene bezeichnet hatte. Wenn doch die Mitorganisation durch Juden und Jüdinnen dieses Kongresses passiert ist. Ich würde gerne erstmal allgemein was sagen zu dem Palästina-Kongress. Wie Sie wissen, haben die Berliner Kolleginnen und Kollegen den Kongress aufgelöst. Und das konsequente Einschreiten der Berliner Polizei und der erfolgten Auflösung des sogenannten Palästina-Kongresses in Berlin ist aus unserer Sicht richtig gewesen und auch notwendig. Es ist richtig, dass die Ministerin sich so geäußert hat, wie sie das zitiert haben. Und es ist auch so, dass wer islamistische Propaganda und Hass gegen Jüdinnen und Juden verbreitet, wissen muss, dass solche Straftaten in Deutschland schnell und konsequent verfolgt werden. Antisemitische und islamistische Straftaten dulden wir nicht. Wenn die Innenministerin von islamistischen Propaganda und islamistische Szene spricht und die Mitorganisation dieses Kongresses von Juden und Jüdinnen veranstaltet wurde, wie kommt sie darauf, das zu behaupten? Sie können davon ausgehen, dass sie sich auf Erkenntnisse der Sicherheitsbehörden hat. Also die Innenministerin spricht davon, dass Juden und Jüdinnen zur islamistischen Szene hier in Deutschland gehören. Herr Jung, ich habe den Wörtern der Ministerin an dieser Stelle nichts hinzuzufügen. Herr Rektor der Glasgow-Universität, Gastamor Bussitt, da wurde in Berlin nicht nach Deutschland reingelassen, als er am Flughafen war und musste zurückkehren. Da wollte ich fragen, was ist der Grund für seine Nicht-Einreise, dass er halt nicht nach Deutschland einreisen kann und welche Gefahr birgt für Deutschland, dass ein Arzt, der im Gaza-Krankenhaus gearbeitet hat, die Lage dort hier in Berlin erzählt? Also es ist durchaus üblich und gut und richtig, dass wir uns zu Einzelfällen nicht äußern und das würde ich auch gerne in diesem Fall so halten. Zusatz? Ja, ein Zusatz. Auch der griechische Ex-Finanzminister Varoufakis wurde verhängt laut seiner Aussagen, dass er ein Einreiseverbot verhängt gegen Varoufakis. Warum denn das? Wie gesagt, ich kann Ihnen zu den einzelnen Fällen, die jetzt hier kursieren, nichts Näheres sagen. Beziehen, aber selbstverständlich hat Herr Hebestreiter recht, dass Kritik an Israel oder an der israelischen Politik hier in Deutschland auch geäußert werden kann und es da keine Einschränkung der Meinungsfreiheit gibt. Let's try it! ... Vielen Dank.